willkommen zu einer neuen map und zwar wie ist die ich habe gewonnen das war ja leicht ich musste nix tun noch mal ich will jetzt ich würde jetzt machen so jetzt aber okay war krass alter was ist das dann hallo in der drache okay okay das kann man ziemlich schwer einschätzen wie weit man da fliegen muss immer aber schon ziemlich weit alter okay oh gott ich hab's geschafft andere hat schon dreimal verkackt nicht einmal hier runter hier runter okay ich habe die map ja noch nie gemacht also ja da lang krass okay ach so ich darf kein wasser berühren weil sonst bin ich gearscht nein wie dumm guck einmal nicht hin der andere hat zumindest schon mal sechs mal verkackt ich hoffe der verkackt noch öfter ja sieben mal hat er oh gott ich habe gerade geachtet und dann ich will dahin ach man das kann ja was werden das kann was werden oh gott das war man kann immer eigentlich ziemlich schlecht einschätzen ob man da auch richtig landet und ich lande nicht richtig scheiße gottes schwierig aber cool die map finde ich eigentlich ganz heiß vor allem wieso ist da unten eigentlich die sonne oder ist es eine spiegelung weil da unten doch wasser ist ne ich glaube es so war ja doch das ist eine spiegelung oh gott oh nein nein ich hätte mittiger ich bin voll abgekürzt jetzt fühle ich mich voll op ach das ist der andere 12 ich glaube bei dem funktioniert das nicht so ganz mit den zielen und ich verkack hier immer ich habe eine idee wie man es macht dann oh gott das war knapp aber machbar und gott und jetzt sind wir wieder drin wieder runter und wieder hier durch hier runter dann darf ich das wieder nicht berühren oh gott das ist so schwierig und jetzt muss ich dann aufpassen wegen dem gitter ne oh gott wie soll man nein ach das ist doch blöd ich will die map aber jetzt schaffen ne wir haben ja noch nicht so lange zum glück aber ich glaube die schaffe ich auch ohne dass er aufgeben würde hoffe ich ich meine allein die versuche zeigen schon ein bisschen was ja diese taktik hilft wenn man von der ecke irgendwie abspringt habe ich immer das gefühl dass man besser landen kann oder zielen oh gott nein oh gott das war fast drüber nein wieso ist der dept der ist nicht gesprungen das ist alles seine schuld wer hat es die prima ausrede meine tastatur hat gehackt oh ja er wollte nicht mehr ach ich will die aber noch schaffen ich würde jetzt ganz gerne echt machen aber was waren das nochmal down was ich will die jetzt schaffen ich will die jetzt echt schaffen die kann doch nicht so schwierig sein und außerdem haben wir jetzt eh den vorteil weil wir sie schon kennen und der typ wahrscheinlich auch vielleicht außer es neu ach komm ich will die doch nur machen lass mich doch die machen ich will doch nur die blöde map da machen ich will die ich will jede map irgendwie mal geschafft haben oder so kommt schon wo bleibt ihr denn wieso müssen sie eigentlich immer gleich leften jetzt aber jetzt ab jetzt 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 reicht es da mal oder anscheinend will keiner diese mitmachen wenn die wenn ich jetzt nochmal rausfliegen dann habe ich kein bock mehr da mache ich eine andere map da mache ich nur ein paar easy maps was 2 von 1 ach die sind eh bestimmt bald fertig gl oh gott und dann geht es los ich bin ja mal gespannt kann man den anderen eigentlich aussehen achtest du kannst oben ich bezweifle auch dass in der vorherigen aufnahme der eine typ das gesehen habe als ich ihn geschrieben habe dass ich aufnehmen oder so irgendwie glaube ich hat das nicht gesehen aber ist egal sieht halt jemand anderes vielleicht vielleicht wird er ja trotzdem mal irgendwie aufmerksam auf meinen kanal und dann denkt es sich hoch cool da war ich ja sogar wahrscheinlich eher nicht oh gott aber ich mag das irgendwie das jump and run das hat immer was auch wenn es manchmal schwierig ist und ich ihn nur verkacke gegen bestimmte menschen ich erwähne jetzt keinen namen aber er ist halt wirklich besser gewesen aber das werde ich ändern das werde ich noch ändern keine sorge ich werde versuchen dass ich das ende okay wir haben erst einmal verkackt kommt mir schon viel länger wieder vor wir haben was geschafft wir haben was erreicht nein ich sag nix ich sag einfach nix ich sag einfach nix wahrscheinlich bin ich manchmal übel laut das war das erste mal dass ich das verfehlt habe glaube ich jetzt oder what the fuck einfach nur wie kann man das jetzt verfehlen vor allem das sind eigentlich so kampfschubschrauber und da fällt TNT runter aber das ist gerade einfach erstarrt oder wie ich hasse es dass man ewig braucht bis man runter fällt vor allem ich hole den jetzt auf ne komm schon mach sieben das ist super wenn man ganz viele punkte hat erscheinen hier gerade so rum ok ähm ich denke mir das äh ich glaube der ist gerade ziemlich gut geworden kann es sein der macht nämlich keinen fehler mehr oder er steht einfach nur blöd rum und überlegt wie er hinkommt kann ja auch sein ich glaube ich lass mir jetzt beim wasser jump in run richtig zeit und wisch mir mal kurz meine hände ab alter kennt ihr das wenn ihr dann zu viel jump in run macht dass eure hände schwitzig werden und dann ist noch sommer da das ist schlimm komm schon mach sieben aus deiner punktsa junge ich weiß nicht ob ich das gut finden soll dass der jetzt nicht mehr verkackt mach da einfach ach das ist doch doof ist der da irgendwo es scheint nicht so ok ich habe ihn aufgeholt ich glaube dass ich der grad ich habe keine ahnung was der macht habe ich nicht vielleicht ist der afg gegangen was trinken bei dieser hitze würde es mich nicht wundern ja mach ich auch mal gehe ich auch im afg oh er hat mal wieder verloren geil yeah zum glück da bin ich froh vielleicht war afg keine ahnung ich hoffe dass der übel weit war dann kotzt sie noch mehr an so da bin ich jetzt aber durchgeglitscht ne das kann jetzt nicht sein das war jetzt es war voll back ok und da geht es ein punkte konto wieder hoch vielleicht war ich auch und wer der bericht ab ne ich hasse es wenn leute abbrechen wenn man irgendwie 15 minuten daran sitzt gerne aber doch nicht ich habe ja mal test aufgenommen mit ihm mit dem brot ich nenne es immer den brot das brot der brot die brot die brote der css brot wahrscheinlich er sie ne ne er war ja er ich war sie ich weiß gar nicht ob er die folge schon hochgeladen hat ich glaube noch nicht bei mir gibt es halt natürlich schon oh alter ich bin zu kacke er hat er aufgegeben aber der timer ist eh vorbei also danke fürs zu sie und und ich glaube ich mache die map nicht mehr ciao